Klex oder Jellyfin? Das ist hier die große Frage und zwar, ob eine von den beiden Software vielleicht für dich besser ist. Ich erzähle dir in diesem Video, warum ich seit über einem Jahr den Umstieg gemacht habe und warum ich zum Beispiel kein Kodi verwende. Jellyfin ist eine hervorragende Software als Media Player, als Server und die Webseite zeigt eigentlich schon immer ganz gut, was ist denn hier los, wofür ist es denn da. Ihr könnt hier Filme, TV-Shows, Musik und vor allen Dingen auch Live-TV dort einbinden. Das Ganze ist mit Klex natürlich auch möglich. Unter den Features ist eine Riesenliste von Dingen erwähnt, die könnt ihr alles auch mit der Software machen. Schlussendlich, Feature-technisch sind sie relativ pari, aber trotzdem müsste man sich für eine von beiden entscheiden, weil sie sind nicht 100% gleich. Ich nutze Jellyfin, weil ich die GUI zum Beispiel etwas aufgeräumter finde als von Plex, aber das ist natürlich meine persönliche Geschmackssache. Jellyfin hat kleintechnisch eigentlich alle Plattformen abgedeckt, die man so braucht, zumindest die ich so brauche. Für iOS und iPadOS gibt es eine native App, für Windows, für macOS ebenso. Allerdings ist Apple TV noch ziemlich stiefmütterlich behandelt. Hier verwende ich Infuse Pro, eine hervorragende Software. Die kostet zwar leider ein wenig Geld, aber ist definitiv ihr Geld wert. Wenn du kein Apple TV hast, brauchst du das natürlich nicht und kannst auf die nativen Clients zurückgreifen. Bei Plex gibt es eigentlich mittlerweile fast kein System mehr, was ohne den entsprechenden Client auskommt. Der ist mal besser, mal schlechter. Manche sind ziemlich alt und haben nicht wirklich das volle Feature-Set. Bei manchen kann man zum Beispiel immer noch keine HDR-Inhalte sich anschauen. Aber nichtsdestotrotz, du findest für deinen Client auf jeden Fall ein Plex-Client. Kommen wir da zu einem großen Nachteil, Client-Server. Und zwar ist, du brauchst bei Plex eine Online-Verfügbarkeit. Der Client meldet sich immer am Plex-Cloud-Server, geht zu deinem lokalen Server, die bauen die Verbindungen auf und allem drum und dran und dann kannst du deine Medien streamen. Jellyfin hingegen bleibt komplett offline verfügbar. Du kannst deinen Router aus der Steckdose rausnehmen und kannst trotzdem deine Medien gucken. Ist für mich ein sehr wichtiger Punkt gewesen, weil kurz vor dem Wechsel waren die Plex-Server ein paar Mal nicht verfügbar und entsprechend hatte ich einfach die Schnauze voll und dachte mir, nee, ich zahle damals 69 Euro pro Jahr für den Plex-Pass und die kriegen es nicht hin, ihren Server gut verfügbar zu haben. Wenn wir hier von einer kostenfreien oder sehr günstigen Software sprechen würden, hätte ich dafür auch ein natürliches Verständnis. Aber die Software kostet richtig viel Geld, wird von ganz vielen Menschen bezahlt. Entsprechend finde ich, kann man auch eine gute Infrastruktur auf die Beine stellen. Ein Nachteil von Jellyfin, der für mich persönlich kein Nachteil ist, aber ich möchte dir entsprechend auch Aufklärungsarbeit leisten, ist, dass es kaum Third-Party-Produkte gibt, die nativ mit der Jellyfin API arbeiten. Dinge wie Statistik-Server oder für, ich sag mal, Anfragen zu neuen Medien etc. pp. Den wirst du für Jellyfin kaum finden. Plex, Plex Third-Party-App oder wie auch immer suchen, findest du en masse quasi alles, was man sich vorstellen kann, was irgendeine Medien zu tun hat, kann man meistens mittlerweile schon an Plex anbinden, die Datenbanken nutzen, die Library nutzen und hervorragend darauf zugreifen. Ist bei Jellyfin nicht der Fall, aber für meinen Zweck, quasi Filme, Serien zu konsumieren, reicht das voll und ganz aus. Wo wir vorhin beim Thema Client waren, der signifikante Unterschied zu Plex, Kodi, Jellyfin, MB etc. pp. ist häufig quasi, wo passiert die Arbeit. Also, ich habe irgendein Medium, das kann mein Abspielgerät nicht abspielen, das muss transkodiert werden. Wo passiert diese Arbeit? Bei Plex und Jellyfin passiert das auf dem Server, ist für mich hervorragend. Ich habe einen relativ potenten Server, beziehungsweise mehrere durch mein Kubernetes-Cluster und bei Kodi muss der Client relativ potent sein. Das heißt, du verlagerst zum Beispiel anstatt ein etwas lauteres System von deinem Arbeitszimmer, von deiner Abstellkammer, deinem Keller, hin ins Wohnzimmer, ins Medienzimmer, wo auch immer hin. Mit Jellyfin reicht dir ohne Probleme die TV-App auf dem Android TV, WebOS, was auch immer da gerade läuft. Oder halt auch noch einen zusätzlichen Medienplayer, wie ein Apple TV oder ähnliches, falls du zum Beispiel nochmal größere Anlage oder anderes anschließen möchtest. Ich persönlich mag das lieber, wenn die Sachen auf dem Server alles passiert. Wie gesagt, das ist bei mir potenter und kann jeglichen Client, den ich habe, der irgendwie für Jellyfin da ist, entsprechend installieren und meine Medien konsumieren. Wenn dich mehr zu dem Thema Kubernetes-Cluster, den ich vorhin angesprochen habe, interessiert, dann würde ich dir empfehlen, einfach dieses Video dir anzugucken. Da erkläre ich dir genau, was mein Kubernetes-Cluster ist, wie der funktioniert und wie ich den so installiere. Genau. Ja.